Wir tanzen für Luisa, Luisa, Luisa. Mein Name ist Christina Ratz. Verheiratet, habe zwei Kinder. Barbara Oez, 38 Jahre alt. Ich bin Ingeborg Delanoi. Günther Delanoi. 78 Jahre alt, wohne ganz, aber bald. Ich habe den Soccer-Tritt zum ersten Mal 2017 gesehen. Am besten gefällt mir, es schaut schön aus, aber einfach das Praktische ist für mich wichtig. Da ich sehr klein bin, dachte ich mir, dass das eine gute Möglichkeit wäre, mir Stauraum einzubauen. Also man steht sicher drauf und das ist im Alter besonders wichtig, finde ich. Jeder findet das sehr praktisch und sagt, wow, das brauche ich auch. Ja, wir waren eigentlich beide gleich begeistert, wo wir gehört haben, dass es das gibt. Man muss auch wissen, dass es das gibt. Unsere Tochter benutzt den Soccer-Tritt ab und zu als Ankleidestuhl. Sie zieht sich gerne Schuhe an. Sehr gerne. Ja, ich habe den Soccer-Tritt jetzt auch entdeckt für sportliche Übungen. Unsere Ziele, möglichst eine gute Raumausstattung zu haben, auch ein bisschen altersgerecht. Das hat uns auch für sie gefallen. Am besten gefällt mir, dass ich zusätzlich einen Stauraum gewinne, weil in meiner alten Küche habe ich nicht alles untergebracht. Ich würde nie mehr auf den Soccer-Tritt verzichten. Meine Mutter ist neidisch auf mich da. Sie hat gesagt, sie möchte auch einen.